Hallöchen YouTube, wir sind hier wieder bei LSPYTAKIT, wie jeden Tag und jeden Abend und ja. Wir wollten, was wollte, was wollte, jetzt habe ich es gerade vergessen. Achso, wir wollten hier einen Energy Link hinpacken. Dann hier, das sollten nämlich wir alle, nicht nur ich, ne. Dann hier machen wir die... Ha. So, 334. Da hinten haben wir die 400, denke ich. Jawohl, habe ich mir noch richtig gemerkt von der letzten Folge. Ach, hier haben wir schon wieder einen Mangel an... Ach, das ist schade. So. Äh, so. Ja. Dann haben wir auch schon wieder ein bisschen wenig hiervon. Aber, ich nehme mal an, das sollte so eine Weile reichen, zumindest. Ach, die wurden auch noch nicht aufgebraucht. Die ist ja schön. Nimm sie weg, nimm sie weg, ich mag sie nicht. Da blinkt es auch so schön, das ist ja... Also, wenn man das, das kann man eigentlich so hinpacken, wenn man es da nicht mehr blinken sieht, dann ist eins aufgebraucht worden. Das sind also fünf blinkende, okay. Also fünf angebrauchte. Äh, ich... Wollte... Hier, so. Nein, ich wollte hier keine Käse machen. Das ist Schwachsinn. Gerade mal. Fällt mir jetzt auf, natürlich. Weil ich hier sowieso... Aha. Weil ich hier sowieso Dingens... Hätte gerne eine andere Kiste. Also, schon eine Kiste, aber nicht diese hier. Flipp. Äh... Oh, 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 oh. Ich hätte gern wieder eine... Wie nochmal? Ich hab's schon wieder. Ein Chemical Chest, genau so. Höh! Mein Kopf... Wo mein Kopf wohl schon wieder ist, das freu ich mich gerade mal. Dann noch ein Diamant, bitte. Und... Warte mal, ich hab hier so... Genau, sowas. Eins, zwei, drei, vier noch. Und dann noch... Eins, zwei, drei, vier. Ich hab grad schon wieder eine Alchemy Bag gedacht, vom Rezept her. Aber ich hab gewusst, dass es der nicht ist, also... Hier brauchen wir einmal den hier. Hallo? Einmal den hier. Danke. Einmal den hier. Danke. Einmal den hier. Danke. So. Dann noch diese hier. Ist ja fast wie Zaubern. So, dann... So, dann brauchen wir... Ein bisschen was von Wert. Ich hätte das Zeug eigentlich gleich mitnehmen können. Das wäre... Na, gleichs jeden Fall gewesen. Ich hab hier noch Minecarts drin. Ja, gut. Ist mir egal. Äh, ich hab hier nirgendwo... Ne, hab ich nicht. Okay. Daneben nicht. Äh, da, 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 da. Achso, ja. Ich wollte nochmal nachschauen wegen... Ne, Wolkenhead-Emilett, weil es geht ja nicht. Hä? Hatte ich nicht eigentlich... Ho. Das ist ja mal unpraktisch. So. Laufen wir einfach mal rüber. Weil hier gibt's ja sowieso allerhand. Also nicht allerhand, sondern... Naja, genügend. Und ich glaub... Wo war das? Ach, doch, ganz unten. Ja. Denn ich möchte... Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte... Hier ist noch wieder rauf. Natürlich. Natürlich. Wo möchte ich auch denn sonst hin? So. Immer weiter nach oben. Das ist das Ziel jedes... Das sollte das Ziel jedes Menschen sein. Ich möchte... Ich möchte... Und... Dann bitte noch... Dahin. Ne, das ist schon eigentlich zu hoch. Ich möchte nur... Ich möchte nur... Hier rüber. Ja, ja. Ja, 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 ja. Download. Ich kann aber nicht... Nee, kann ich nicht auslernen. Gut. Da wollte ich nur auf Nummer sicher gehen, gerade mal. Das war auch Schwachsinn. Ich muss nur hier hin, so. Zack. Dann alles wieder rückgängig machen. Alles, was ich gemacht habe in dem ganzen Let's Play, muss ich wieder rückgängig machen. Ich muss jeden Creeper wieder... Ja, okay, okay. So. Gut, dann... Sind wir auch mal wieder getrost hier. Ach, ich habe ja gar kein Minecraft mehr im Inventar, fällt mir wieder auf. Habe ich gar nicht mehr gewusst. Aber gut, fahren wir mal los. Huiiiiieiiei. Neu, hier sind wir. Da, lup. Und... Dann möchte ich auch gleich wieder runter. Denn... Ach, ich habe sowieso noch vergessen. Was ich denn noch mitnehmen sollte? Nämlich... Diamantin. So. Ja. Ach ja, das sind jetzt deckable. Dann... Das war doch ein bisschen viel, was sich hier... Ne, getan hat. Das sind schon Cobblestorm Pipes. Dann ist es gut. 300... Äh... Ich möchte noch die... 400... Wieder hier hin. Ach, da brauche ich ja noch eine andere Pipe. Genau. Diese wäre dann... Und dann nehme ich einfach eine Eisenpipe, weil... Nö, ist halt gerade so da und ich brauche nur eine Richtung. Und ich habe auch keine Abzweigungen hier drin, also... Von daher ist das egal. Zack. Und zack. Und der 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Ah, ne, das war die 400. Äh, hä, hä. Nein. Ah, da, 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 da. Can receive two. So. Dann hatten wir schon mal... Hier so. Jetzt wird, wo auch immer die gerade hingeht... Ich nehme mal an... Die da drüben. Nein. Ho. What? Äh. Das sollte doch gehen, oder? Nee. Hö, die verschwinden einfach. 334. Was? Nein, nein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich möchte bitte... Autsch, danke. So, ich möchte bitte gerne... Achso, muss ich auch noch craften? Äh, ja, 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 ja. Nämlich, ne, hv... Ne, ne, hv-engine, so rum. Dazu brauche ich... ...einmal ein... ...ein... ...ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne. Brauche ich nur vier. Dann... ...außerdem noch n们-nen, nMM, nnn, n-n-nen, n-n-nen... ...ane hv-transformer. engine generator lv bringt mir fast gar nichts in der obwohl 160 ich habe ja nur mit 60 dann output 160 ist einmal low voltage und einmal mit voltage ungefähr dann kann ich es eigentlich so machen ja das kann ich eigentlich dazu machen gut einmal mit voltage und einmal high voltage oder ich mache einfach ein high voltage es ist ja also für das hier ein steam engine hv transform wenn man irgendwie so ein rezept vor sich sieht und man auf den ersten gedanken vielleicht denkt ja das ist richtig so irgendwie man schaltet sein hirn aus das ist schlimm dies ist genauer als ob jetzt irgend also wenn in den laie zum beispiel bei elektronik in ein geschäft geht und der kann einem jeden schwachsinn erzählen der laie wird es einem wahrscheinlich glauben so ihm ich eine so hv transformer da brauchen wir dann noch hier eisen viel gold heute wieviel der folge ist das eigentlich ist dieses glaube ich auch nett die 300 ist es happy 300 folge ja so zack 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 und eine eine diamant gier diamant gier das klingt irgendwie so nach gierig mir rutscht gerade das kabel runter so es klingt irgendwie so als ob ich kabel als gewand an hätte als kleidung mir rutschen die kabel runter vielleicht für halloween oder so ich stelle mir das irgendwie witzig vor ich weiß ja nicht was er das egal aber kennt ihr das wenn man zum beispiel musik hocht und dann auf einmal ist weil windows hat ja also vor allem laptops haben ja meistens eine audiotreiber zum beispiel meiner ist von dolby dolby home theater der schaltet sich in letzter zeit immer öfter also der schaltet sich automatisch dann einfach so mal ab irgendwie dann ist er hat man halt am kopfhörer ich halt beim headset hat man halt den bass nicht mehr und so das ist es dann halt ein bisschen blöd weiß auch nicht woran es liegt ich weiß es nicht direkt wie wie genau windows programmiert ist ja halt auf c ist klar aber ansonsten dann 1-3-3-4 1-3-3-4 und 1-3-3 jo und ich bräuchte auch mal wieder ein bisschen kabelestein und ausserdem brauch ich noch ein redstone noch ein eisen und ein glas und das wärs dann danke ich im großen und ganzen ja von mir aus machen wir es halt so nee zuvor noch 1-3-3-4 dann bit eisen komm ach so genau So, hier. Ich wollte mir eigentlich zwei machen. Ich habe mir schon gedacht, mir kam es schon komisch vor, als ich mir nur ein Gear gemacht habe. Ah ja, mit Klicken habe ich es heute auch nicht. So, dann zack, 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 zack. Hier so. Hier so. Dann haben wir die Combustion Engine. Und zack. Und einen Engine Generator HV. Was ganz nützlich ist, vor allem, weil ich den jetzt gerade mal brauche. So, ich... Nicht hier drin. Gut, ich... Weißt du was? Die kann man ja, glaube ich, so abbauen. Jawohl. Finde ich gut. Hat er sich den Schwachsinn nicht von Industrial Craft abgeschaut. Äh... Bisschen Energie könnte man wieder brauchen. In... In Serien... Güten... Stück. Aber auf jeden Fall vorbereitend werde ich schon mal hier... den Engine Generator hinpacken. Was ist jetzt los? 20 Strap, warum das? Sagt mir nicht, dass er schon wieder... Falsch arbeitet. Ne, es hat... Das finde ich eine Frechheit. Obwohl, das ist wahrscheinlich einfach nur, weil ich so nebengestanden habe. Hab, bin, tun sollen. Ha. Ups. Ha, 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 ha. So, den packen wir dann einfach mal hier hin. Ne, den möchte ich nicht hier haben. Ich möchte allerdings hier so... Äh, 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Can you receive two? Genau. Da hat er, glaube ich... Äh, kam nix durch. Ne, ist ganz gut so. Da scheint auch alles in Ordnung zu sein, soweit. Die packen wir wieder hier zurück. Damit der hier genug hat. Der hier hat 400, 400. Dann... Aber es sollte doch funktionieren... Mit den Zellen, das sollte doch eigentlich funktionieren. Oder nicht? Oder nicht? Oder... Ne, warte mal. Eigentlich... Ich bin verwirrt. Immer noch. Wieder mal. So, ich schalte jetzt einfach mal ein... MF... Irgendwas dazwischen. MF... Haben wir irgendwas hier? Äh... Natürlich nicht. Gut, einfach mal zum Ausprobieren. Eine Badbox. Naja, weil schaden kann sie ja nicht. Beziehungsweise... Vielleicht schon, aber... Wird's wahrscheinlich nicht. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hinten, unten Und es kommt Keine Energie raus, das heißt, es funktioniert Nicht Oder jetzt doch Achso, jetzt doch, und jetzt ist es halt einfach Okay, dann hat es aber irgendwie einen Anzeigefehler oder so Das ist der Energiespeicher, das ist der Lavaspeicher Nehme ich mal an Und muss es eigentlich Genau von unten dran Oder kann es auch so Wäre ein bisschen unpraktisch, wenn es immer von unten ran müsste Ja gut, ich werde aber auf jeden Fall mal Ja, das ist wahrscheinlich Eventuell vom Texture Pack irgendwie eine Anzeigefehler Nein Nein, das stimmt sogar so Lassen wir nochmal zwei durch Ich weiß zwar, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird Dann aber Ne, was macht man nicht alles So Der hat jetzt Hinten, rechts Was, vorne Achso Äh Okay Okay, das ist ein bisschen unpraktisch Man muss es also direkt unten Reinpacken Äh Hä, da, hä, da, hä Weiß ich mal jetzt einfach mal zwei ein bisschen produzieren Mal dann Okay, dann muss ich das Ganze nochmal ein bisschen umändern hier Ich hab gedacht Das geht so eigentlich Für was ist dann der oberen Achso, zum auffüllen Ja Okay Zum auffüllen 20.000 Oh, also Ja gut, dann Werden wir das in der nächsten Folge ein bisschen verbessern Ne Ich lauf jetzt einfach mal hoch Damit ich das 300. Folge In einem schönen Ort beende So, hier Ne, das ist doch ein schöner Ort Schön Aussicht geniessen kann man hier Hier hat ein bisschen Ein bisschen Hüllengewächs Hier ein bisschen Dschungel Ja Ist doch schön Chiranimo Ach, das ist die Quale Ich hab gedacht, das ist eine Naja, ich hab gedacht, das ist eine Spinne Gut, dann Will ich aber diesmal wirklich sagen Wir sehen Also diesmal Jetzt meine ich Wirklich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Unten Neben meinem schönen Bettchen Und euch wünsche ich einen schönen Abend noch Und bis zum nächsten Mal Ciao